David Junker Sie warten, und jetzt der Schuss! Das ist der Treffer! Sie bauen die Führung aus, ganz stark! Und das sieht auch richtig gut aus, Sie müssen jetzt nur ganz ruhig weiterspielen. Unterkante Latte und dann drin! Da passt aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste, der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor!